Dass du nicht eingebunden werden kannst? Check dieses Ruh an. Mach erstmal. Entschuldigung. Also wirklich Sven. Wir machen hier so schöne Kurs. Und hier werden es besser sein, als in der Ecke zu furzeln. So muss man sich auch Pfanzenschleim vorstellen. Ja, echt? Genau. Wie konsistent ist es hier. Boah. Tut mir leid, du musst dir was öffnen. Tut mir leid. Ich würde dir gerne mal, wenn wir das ein bisschen breiter machen, würde ich gerne mal dein Gesicht durch diesen Schleim durchfotografieren, weißt du? Äh, filmen, weißt du? Das ist wie so ein Fenster zur Seele ist. Mhm. 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 Mhm.